Willkommen zurück zu The Wolf Among Us. Ähm, ja, wir sollen uns entscheiden, ob wir zu Dees Büro gehen. Oder in Cranes Wohnung. Oder in Holly's Bar. Und nun ist es so, dass Snows Plan eigentlich war, dass wir... Jetzt quatschen die aber wieder. Wir lassen es mal stehen. Ja. Äh... Ja, 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 jetzt hören wir auf zu reden, De. Äh, Snow wollte gerne eigentlich in die Trip-Chap-Bar, weil sie findet... Oh, blöd. Weil sie findet es naheliegend, dass man da halt die besten Hinweise jetzt findet. Äh, ich persönlich bevorzuge gerade irgendwie den Drang, in Cranes Wohnung zu gehen. Und, äh... Ja, und die Diebbrüder... Die könnten, weiß ich nicht, irgendwas wissen. Aber ich nehme mal an, was die wissen, sind auch nicht die nahesten Informationen. Vielleicht, man weiß es nicht, aber... Eher würde es mich interessieren, in Holly's Bar zu gehen, wegen Snow. Oder halt... Crane, weil er ja der Verdächtige ist. Und... Ich weiß nicht, ob das halt auch gut ist, Snow mit in Cranes Wohnung mitzunehmen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keine Lust, ähm... In Holly's Bar schon wieder zu gehen, deswegen... Hoffe ich, dass ihr mit meiner Entscheidung halbwegs zufrieden seid, wenn ich sage, wir gehen in Cranes Wohnung. Ja, das hoffe ich auch. Irgendwas Spannendes werden wir schon erfahren, egal für was wir uns wahrscheinlich entschieden hätten. In diesem Falle nehme ich einfach mal Cranes Wohnung. Ich bin einfach mal gespannt, was der Typ da so, ähm... Bei sich zu Hause hat und... Vielleicht finden wir da auch noch mehr über die Hexe oder anderes, aber, ähm... Hä, ist das jetzt alles hier dasselbe? Ne, hier 19.3, hier wollen wir hin. Aber was ist das hier? Was sind die anderen? Achso. Ja, ja, da, wo die Tür offen ist, ne? Okay, hätte ja nur sein können, dass da auch irgendwas Interessantes ist, dann gehen wir da mal rein. Apartment von Ickabod Crane, das Woodland-Gebäude, 12.05. Noch eine Stunde und 55 Minuten, oha. Wenn wir das schnell hinkriegen, dann gehen wir auf jeden Fall in die Bar. Ja, bestimmt. Außerdem ist es halt sein Apartment, also... Finde ich schon interessant jetzt. Okay. Ganz stattlich. Weinschrank untersuchen. Ja, also er war definitiv dort. Wir haben jetzt mittlerweile schon ein paar Beweise dafür gefunden. Aber noch nicht den richtigen Beweis eigentlich, dass er der Mörder ist. Das hat nicht in Jahren genutzt. Merry Christmas, Mr. Crane. Danke für all deine... Ich habe es vergessen. Er war in den alten Tagen in der Zeit. Achso. Aha. Deswegen wahrscheinlich auch die ganzen Lehrbücher. Oh, die wollen wir mal anhören. Okay, keine Ahnung, warum das nicht untertitelt war, aber war auch irgendwie nicht wichtig. Und wahrscheinlich habt ihr es sowieso halbwegs gut verstanden. Na ja, ein Tag im Märchenbuch. Ach echt? Wofür denn? Achso. Hier. Wegen Sleepy Hollow und so. Mhm. Schreibtisch. Der kopflose Reiter war das. Umschlag. Und hier ein Notizen. Gucken wir uns mal beides an. Erstmal die Notizen. Irgendwie witzig, äh, Wolfs Reaktion. Was haben wir hier im Umschlag? Geld beschlagnahmt, Geld zurück. Ich lasse es mal zurück. Das letzte Mal habe ich das Geld mitgenommen. Von den Brüdern. Diesmal lasse ich es drinnen. Nicht, dass er zurückkommt und dann sieht, dass wir hier waren. Wir haben Schlüssel. Schön. Okay. Sehr gut. Und da wir gerade so ein bisschen Luft haben, gehe ich nochmal jetzt... Ja, ich weiß, es reißt immer so ein bisschen raus. Aber ich glaube, wir haben auch gleich das Apartment jetzt schon durch. Und dann nehme ich mal kurz die Zeit und lese nicht vielleicht ganz so viel vor wie sonst. Aber mal gucken. Äh, was hatten wir? Bigbees Gnade, Ikebuts Leugnung hatten wir. Und dann waren wir hier bei der 13. Fable Towns Hexen und Zauberer. Im 13. Stock des Woodland-Gebäudes lebt eine Gruppe von Hexen und Zauberern. Ihre Aufgabe ist es, Fable Towns zu schützen. Sie nutzen ihre Kräfte, um die Gemeinschaft vor den neugierigen Blicken der Menschen zu verbergen. Aber jede Magie hat ihre Grenzen und jeder Zauber hat seinen Preis. Der Verhexte. Der verwunschene Brunnen befindet sich in einer Kammer im Woodland-Gebäude. Er wird verwendet, um Dinge, die für immer verschwinden sollen, zu beseitigen. Tote Fabelwesen werden seinen Tiefen ebenso anvertraut wie auch die schlimmsten Verbrecher. Niemand weiß genau, was sich am Ende des Brunns befindet oder ob er überhaupt einen ändert. Aber es wird gemeinhin angenommen, dass er den Übergang zur letzten Ruhestätte darstellt. Gruselig finde ich das eigentlich, dass da jemand reingeworfen werden könnte. Jack Horner, harmloser Gauner. Jack hat immer etwas vor, aber er ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Seine Pläne schnell, das große Geld zu machen, gehen oft nach hinten los. Aber sein Selbstvertrauen bleibt trotzdem unerschütterlich. Er hält sich für die wichtigste Person in Fable Town, aber jeder kennt ihn hauptsächlich als harmlosen Besserwisser. Dann mache ich nochmal Lilly und dann gehe ich wieder ins Spiel. Lilly und ihre Schwester Holly sind gemeinsam in den Heimatlanden aufgewachsen, aber haben sich kurz nach ihrer Ankunft in der Welt der Menschen zerstritten. Ohne Ziel und ohne Geld fing Lilly an, als Prostituierte zu arbeiten. Jetzt ist sie das zweite Opfer in einer laufenden Mordermittlung. Ja, das stimmt. So, dann kommen die Nächsten dann ein anderes Mal und dann geht es weiter hier im Apartment von Crane. Nicht, dass der uns hier auf einmal über den Weg läuft. Haben wir jetzt echt alles durch? Ich prüfe gerade nur nochmal eben, weil ich jetzt hier immer wieder dieses Statue angucken kann. Das irritiert mich. Du hast sie doch schon angeguckt. Hm, na gut. Dann gehen wir. Komm, geh, wir haben nicht so viel Zeit. Typ. War hier noch was? Oh ja, wir können ja hier noch mehr rumgucken, okay? Really? Really. Hier ist nichts. Schlafzimmertür. Ich glaube nicht. Können wir den Schlüssel hier benutzen? Oh, pack ihn. Oh, oh, oh. Jack. Wow. Es ist einfach unglaublich, dass du hier in die Nähe. Ich meine, aus allen Plätzen. Erklärung, jetzt warum bist du hier? Aber, you know, some people like that sort of thing. What are you doing here? Okay, okay, okay. I know what it looks like. But before you go, jump into conclusions. Crane pays me to water his plants when he's gone. It's a stipend. But, you know, I need the work. I wouldn't do it for free, right? You know me. So, anyways, now that I'm done... I don't see any plans. Hey! Oh, 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 oh. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Manu. Verschwinden, wonach sieht es denn aus? Sag mir, warum du wirklich hier bist. Weißt du etwas von einer Hexe? Welche Quellen? Schlag ihn, da hat dich jemand hergeschickt. Na, ich weiß nicht. Trau dem nicht so ganz. Ich suche Crane's Hexe ermitteln. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube ihm irgendwie... Weiß nicht. Können wir ihn nicht irgendwie erpressen oder so? Ich höre. Was meinst du? Und wenn ich dich festnehme? Wie praktisch. Hm, ich weiß nicht. Schlag ihm. Kein Deal. Oh, schwierig. Oh, ich weiß nicht. Was sie? Ich weiß nicht. Aber wenn er nicht geht zum 13th Floor, es muss sein, dass es etwas illegal ist. Wo kann ich sie finden? Na, um... Du siehst? Die Sache ist, ich weiß nicht, wo du sie findest. Du musst mich nicht schocken. Aber sogar ein Name ist ein guter Start. Right? Ich meine, das ist mehr als was du mitgekommen hast. Right. Ich werde meine Augen öffnen für dich. Ja, was ist da drin? Ich wollte gerade fragen. Glimmerbehälter, ah, okay. Die Wälder. Die Wälder. Siehst du immer so aus? Die Wälder benutzt die Wälder für alles. Sie ist sie symbol oder trademark, ich glaube. Ich habe das gedacht, ich könnte sie verkaufen. Die Wälder. Die Wälder? Gib sie mir, du scheinst nervös zu sein. Willst du das noch einmal versuchen? Hier dran, Snow. Wir sind fertig, Jack. Halt die Klappe. Guten Abend ist nicht wichtig. Er hilft mir. Zuerst sollten wir ihn finden. Es steht wahrscheinlich in Verbindung. Oh, oh. Ich hab zu spät. Hast du die Akten überprüft? Ich werde es herausfinden. Ich weiß nicht, aber ich werde es mir ein... Wir gehen diesmal in Holly's Bar, in die Trip Trap Bar. Ja, das hatte ich geplant, habe ich gesagt, das machen wir jetzt auch so. Die letzten Entscheidungen waren für mich übrigens gerade ziemlich schnell und gar nicht mal so einfach, muss ich mal dazu sagen. Also, wo ich gerade zu spät war, wollte ich auch eigentlich sagen, ich weiß gar nicht mal, was ich sagen wollte, auf jeden Fall die rechte Seite irgendwas nehmen. Manchmal kann ich immer gar nicht... Manchmal ist es echt so schnell, dass man das, was die da reden, gar nicht zugleich hören und lesen kann und noch das lesen und entscheiden, was man... Also, es ist echt wahnsinnig schnell manchmal. Von daher, ja, mal gucken, wie das alles hier so endet. Aber ich finde es ganz gut, dass wir hier von dem Jack-Typen die Glimmer-Behälter und so auch noch gefunden haben. Und ich hoffe, er fühlt sich halt von uns jetzt nicht irgendwie total verraten oder so. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig interpretiert. Also, er hat es sich ja jetzt schon so ein bisschen wieder verdient. Wir haben die Behälter gefunden und wir hatten einen Deal. Er hat uns gesagt, wo die Hexe ist, ist okay. Ich wollte ihn jetzt nicht irgendwie total ausliefern. Mal gucken, was da noch kommt. Wir gehen in die Trip Trap Bar. Ach, der Arme. Er wollte schon wieder abhauen. Naja, hm. Aber was will sie denn mit ihm besprechen? Tja, werden wir wohl nicht erfahren. Die Trip Trap Bar, die Bronx, 1.15 Uhr. Noch 45 Minuten. Aber ich denke, wir sind ganz gut dabei. Ich muss mit Holly reden. Hier ist der Sheriff. Moin, moin. Hey, look, Woody, it's the Sheriff. Well, come on in, buddy. Musste ich mir einfach mal leisten. Hier, hier ist der Sheriff. Ich muss mit mir Lili Sachen ansehen. Was ist mit dir los? Ja, mega gut drauf. Alles klar. Ich glaube, der hatte auch schon ein paar. Oder was anderes. Hallo, Herr Holzfäller. Wo ist Holly? Du solltest außen nüchtern. Ich kann dich nicht hören, wenn du schlägst. Schweinhardt hat mir gesagt, dass Holly hier war. Ich muss sie mit ihr sprechen. Holly ist in der Rückseite. Aber du kannst sie nicht aufzunehmen. Wirklich? Die Doktor hat ihnen beide eine Barmessatel Ambrosia. Für die Schmerz. Das ist denen anscheinend nicht so wichtig. Kann man Holly gar nicht aufhecken? Hast du Lillys Sachen gesehen? Ich habe nicht so gut in lange Zeit, fat boy. Hast du gesehen, die Schmerz? Was nicht auf dem Funeral? Ich habe sie mit etwas zu kommen, aber ich habe nicht gesehen, wo sie es gestellt haben. Nein, ich habe nicht gesehen. Das Funeral da hinten? Das war ein schütziger, verdammt für eine ziemlich okaye Frau. Ja. Du bist nicht da. War nicht meine Schuld. Du hast es verschlimmert. Ist mir egal, was du denkst. Na, was kommt jetzt? Dafür habe ich keine Zeit. Oh, oh. Schlechte Nebenwirkungen. Oh, jetzt kloppen sich die beiden. Beide trennen. Ich kann nicht auf euch beide aufpassen. Hört auf mit diesem Mist. Was kann ich hier sagen? Ich will nichts von dir, Woody. Cut diese Scheiße jetzt. Ich weiß nicht, was es geht. Oh, ich habe vergessen. Du hast nicht gehört. Ich weiß nicht. Ich habe keine Planung für das, okay? Und unsere Sache, was es war. Es war nicht ein großes Problem. Es war nicht. Ich habe sie nie als sie in der Schnecke. Ich wusste nichts über das. No, but you knew Hollywood flip out. And you knew, for a damn good fucking reason. You know what? Fuck this. I don't need this shit. Oh, yeah, that's it. Now you're teary eyed. You were always such a low life. I don't know why I never realized it till now. What do you think about this fucking loser, Sheriff? You can think whatever he wants. You can think whatever he wants. I don't give a shit. No, that's okay. Because I'll tell you what he thinks. He thinks you have to pay chicks to touch your fat hairy ass. That's what he thinks. Wait, wait. I've got some questions for you. What possible questions could you have for this piece of shit? Everything is a problem, that I want to talk. But when the woodsman is about to leave, it's Oh wait, I have questions. What do you want? When you saw Lily, did she ever mention anything about a witch? No. We didn't talk about work. Alright. I don't know where Lily's shit is. Check Holly's room, I don't know. But I wouldn't wake her if I were you. Sleepwalkers and trolls. I think that's the role. Maybe, uh, ogres too. If I can't find her stuff, I might have to. Actually, Bigby, if you'll excuse me, it seems that I'm gonna pass out. What a day. Am I right, Sheriff? What a fucking day. Bye. Okay. . So, and da sind wir nun und dürfen wir Holly prinzipiell nicht wecken und ich hoffe, dass wir es im nächsten Part auch nicht tun werden, bei The Wolf bitter C 140 T love her. Also bis zum nächsten Mal und bis dann.